Die Charité Berlin streikt auf ihre Gesundheit. Bedecken Sie sich über diese Aktion. Also ich finde es in Ordnung. Wir kommen zwar nicht aus Berlin, wir sind zwar ehemalige DDR-Bürger, wir sind jetzt im Raum Kiel, wo wir jetzt, aber da sieht es nicht anders aus. Ich finde, das ist eine Sauerei. Man hat sein Leben lang gearbeitet, wenn ich selbst sehe, ich wäre 62. Und wenn es jetzt um Pflege geht, ich sehe, ich habe mit Bandscheiben zu tun, du kriegst nichts mehr verschrieben und du bist eigentlich abgestempelt zum alten Eisen. Ich finde das gut. In den Krankenhäusern ist so wenig Personal. Die Geschwässern haben sich wenig Zeit um den Patienten zu bemerken. Wer noch gut zu Fuß ist, der läuft hinterher und sagt, du gib mir mal das oder das oder das. Ich habe es selber ehrlich gemacht. Dort wird demonstriert, auch mit ihrer Gesundheit. Was denken Sie über diese Aktion? Ja, ist eine gute Sache, würde ich sagen. Ich bin begeistert. Gesund sein wollen wir alle. Mehr vor uns ist besser für alle. Mehr vor uns ist besser für alle. Das macht es besser für alle. Das macht es besser für alle. Das hat es besser für alle. Das braucht man leider zu denen das sind. Das kann man sich vielleicht nicht machen. Wir, wir wenden diese Woche unseren Kampf nach außen, denn wir verweigern sowohl dem Vorstand als auch der dahinterstehenden Politik die Gefolgschaft. Aber, aber wir kommen hier nicht als Bittsteller, wir kommen hier mit Forderungen. Und die sind bekannt, seit Jahren bekannt und geisterten dank unseres Streiks auch durch alle Medien. Wir fordern Sie hiermit noch einmal nachdrücklich auf. Erweitern Sie die Handlungsspielräume und geben Sie Ihren Marionetten in der Charité Procura für wirksame Entlastung aller Beschäftigten. Sagen Sie Ihren Verhandlungsführern, die Charité wird sich nicht spalten lassen. Wir, wir sind nicht ITS, IT, Verwaltung, Station, Gesundheitsakademie, Ambulanz. Wir sind eins in unserem Widerstand gegen das, was in der Charité seit Jahren abläuft. Wir sind eins mit unserer kämpfenden Gewerkschaft Verdi. Wir sind eins mit unseren Bündnispartnern aus politischen Initiativen. Wir sind eins mit den Patientinnen und den Angehörigen und der unglaublichen Welle von Solidarität aus der ganzen verdammten Republik. Herr Bürgermeister, Senatorinnen und Senatoren, wir sind viele, ihr seid wenige. Aber wir sind alle potenzielle Patientinnen und Patienten. Dies ist ein Kampf, der alle angeht. Es lebe der neunte Streiktag. Es lebe die streitenden Kampi der Charité. Und es war ein langer Tag. Und diese Tage, die sind anstrengend. Nichtsdestotrotz ist es eine Anstrengung, die uns fröhlich stimmt, die uns kämpferisch stimmt. Und nicht die tägliche Drangsal in den Beschäftigtenbereichen, in den Büros, auf den Stationen, in den Laboren. Aber die Pflege, vor allem die Pflege, aber alle anderen auch in den Krankenhäusern liegen am Boden. Und das symbolisieren wir mit einem mächtigen Symbol. Legt euch, setzt euch hin. Herr Bürgermeister und Ihre Vorgänger, das haben Sie angerichtet, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, ein paar Straßen weiter. Die Krankenhausbeschäftigten sind am Boden. Aber wir wären nicht die Charité und nicht den Streit, wenn wir nicht etwas entgegenzusetzen hatten. Und wir haben das 2011 gemacht und schreiben diese Tradition fort. Es gab da einen großen irischen Gewerkschafter, Jim Larkin, der einst den Spruch prägte, erstmal auf Englisch. Die großen der Welt, sie erscheinen uns nur groß, weil wir auf den Knien sind. Lasst uns aufstehen! Die Charité ist aufgestanden! Die Charité steht! Ihre Beschäftigten stehen im Neuken-Schmeichern auf unverändertem Kurvino. Die Charité ist aufgestanden! Sie sind aufgestanden! Die beiden Städten, das seid ihr, das sind ihr, das ist unsere Macht, diese lieben Leute sein Leben. Die Charité ist aufgestanden! Die Charité ist aufgestanden! Wir sehen uns heute aufgestanden, aufgestanden nach Hause und in den 10. Streiktag. In Gedanken sind wir jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen der Verhandlungskommission, die da unnötig um Punkt und Komma ringen, um Formulierungen, die Auszeit nehmen, die schwitzen, die leiden, die sich leidenschaftlich auch immer streiten. Seien wir symbolisch bei Ihnen und rufen Ihnen hier nochmal zu. Ich hoffe, es wird hier ein bisschen gefilmt und fotografiert. Mehr von uns ist besser für alle! Die zweite Streikwoche waren sich soweit zufrieden und fast muss sich unbedingt umsetzen. Ja, ich war sehr zufrieden. Der Streik läuft letzte Woche wie auch diese Woche sehr gut. Die Leute sind alle sehr motiviert und was sich ändern muss, es muss eine merkliche Verbesserung wirklich rauskommen für alle Pflegende und für alle Bereiche im Krankenhaus. Ist das auch der Anfang für die Altenpflege, die Sie hier veranstalten? Ich denke, das ist der Anfang für alle. Wie sieht so ein Pflegealltag aus? Wer pflegt die Pflege denn? Das ist oft die Frage, die wir uns selber stellen. Das müssen wir selber tun, aber auch dazu haben wir dann wenig Zeit, weil häufig werden wir ja wieder auch rausgerufen aus dem Frei, weil jemand ausgefallen ist. Oder Dienst werden kurzfristig getauscht. Es ist Stress auf der ganzen Linie und wir müssen die Krankheitsfälle häufig selber aus dem eigenen Team ausgleichen. Und ist halt für die, die krank sind, auch nicht so gut, weil sie natürlich auch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie die Kollegen alleine lassen müssen. Meinen Sie, dass der Bürgermeister Müller Sie heute erhört hat? Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es. Vielen Dank.